Das ist aber ne geile Farbe. Ich find das voll schade, dass alle Autos zur Zeit heutzutage immer die selbe Farbe haben. Uh, der ist ja hübsch. Naja, mein Auto ist gerade auch, äh, nicht gerade. Ah, immer diese Polizei rufenden Spinner, wenn man ein bisschen rumschießt. Natürlich, männlich, schwarz. Ja, das machen wir ja gerade. Das ist nur der Haupttyp dazu. We go let's. Okay. Diese elende Sumpfrate hat es für uns alle versaut. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Holoschnitten ran will, verdammt. Soll halt deine Kleine mal vorbeischauen. Donna sagt, wenn sie ihn ausfüllen... Schnapp euch! ... 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 An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Okay. Das war jetzt gar nicht so einfach den zu erschießen. Luft anhalten funktioniert auch nicht sofort auf Klick. Keine Medizinspitze mehr, fast keine Munition. Voll durch den unteren Körperbereich. Geht mir auf den Weg. Ich schieße. Ich schieße jetzt. Nein, 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 nein. What? Pistolen-Munition ist offensichtlich komplett aus. Scharfschützen-Munition finden wir toll. Eieiei. Nehmen wir halt erstmal die Knarre. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht gerade mein Favorit ist. Aber, boah, eine ganze Geldtasche. Okay, da waren 500 Dollar drin. Abgesiegte Schropflinte, Tromigun, Medizinschrank, sehr schön. Direkt mal rein damit. Ich glaube, wir kriegen, später habe ich gelesen, dass wir irgendwie eine Gesundheitsverbesserung kriegen. Das jetzt mitnehmen und dann oben haben wir noch Sachen. Da ist ein Streikschilder drin, auch schön. So bündelweise Geld im Büro rumliegen. Ich will das auch bei mir auf der Arbeit haben, dass da einfach überall Geld rumliegt, weil wir so viel haben. Noch mehr. Gemälde. Der ist ein bisschen tot. Das gefällt mir schon mal besser, die Knarre. Okay, erscheint das Nebengebäude zu sein. Können wir glaube ich hier drüben, das sieht danach aus, als ob wir einfach so in die Halle gehen können. Klack, 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 als ob wir Stahlschuhe anhaben. Die von Link, diese Schuhe, wo man unter Wasser laufen kann. Diese Dinger. Boom, 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 boom. So, da hinten rechts in der Hütte ist noch Kohle. Nehmen wir natürlich alles mit. Vor allem wenn es 500 Moneten gibt. Stimmt, 10.000 Euro Schaden müssen wir ihnen noch zufügen. Ah, schöne Weste. Das ist nochmal ein schöner Fund. Geld, Geld, Geld von einem Toten und Pistolenmunition, sehr schön. Notiz lesen. Ähm, als Gewerkschaftsmitglieder hast du folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz, das Recht auf Bezahlung für Überstunden, das Recht auf Interessenvertretung durch die Gewerkschaft, das Recht auf Altersrente und andere Vorteile, das Recht, dich ins Knie zu ficken. Handschriftlich hinzugefügt. Notöstlicher Anhänger. Mit kleinen Notizen, die man so zwischendurch findet, sind eigentlich auch ganz nett. Hier gleich hat nochmal ein bisschen Kohle für mich. Und hier können wir nochmal... Gestern Abend auch gesagt... Was ist... Für diesen verfluchten Job, wie eine Horde Zigeuner durchs ganze Land ziehen, ist nicht gut fürs Heiraten. Für mein Kind. Es kommt die Zeit dran. So, dann nehmen wir mal den gelben jetzt hier. Und durchgerutscht. Sehr schön. Wir müssen noch ein bisschen Schaden machen und ich würde gerne den da drüben töten. Bonus? Was müssen wir machen für Belohnung? Blablabla. Bonus? Keine Ahnung. Aber da gibt es auf jeden Fall einen, also machen wir das alles mit. Roberto Bubz Albano. So. Und dann schwingen wir mal unsere Karre darüber. Eigentlich hätten wir vorne nochmal die Dings anbringen können. Wir haben ja noch ein paar Dinger. Ja, Dings, die Bums und Brums und Anhänger. Und anbringen. So. Raus aus meinem gelbes Auto und da vorne an den Stromkasten einmal ganz kurz. Und wir haben keine Teile mehr, wie es aussieht. Anscheinend brauchen wir mehr als nur eins für so eine Konstruktion, die wir da dranhängen. Ein Eckart Champion anbringen. Oh. Und den haben wir dann auch so mit erfolgreich fast versenkt gehabt. Da rufen sie die Polizei nicht an, wenn die immer völlig besoffen Auto fährt. So. Da ist ein böses Auto gefahren. So. Hier nehmen wir noch kurz die Elektroteile mit. Können wir die schon mal finden. bisschen. Warte. Okay. Tag ein, was man dir sagt. Ich will's nicht nochmal sagen müssen. Das war echt Einzelkämpferscheiße. Da prügelen einfach irgendwelche Gewerkschaftsmitglieder oder was ist da los? Nicht du leitest die Scheiß-Gewerkschaft, sondern wir! Geschäzt hast du, du hast genug Schaden angerichtet, ja blablabla, kenn ich schon, kenn ich schon, kenn ich schon. Ich bin hier gerade mitten am Kampf. Wir haben direkt die Kohle aus der Fresse geschlagen, wie das aussah. So, das nehmen wir auch noch mit. Und ich glaube, ein Ziel haben wir auch noch zu erfüllen. Zwar hier unten. Sehr schön. Wieder ganz viele böse freche Mafiosi abgeschlachtet. Ja, das können wir. Gucken wir nun wieder mal ein bisschen die Landschaft an. War jetzt nicht so schön hier. Und da vorne steht mein wunderschönes gelbes Outro. Was war das? Ein Eckhaut oder sowas, ne? Ja. Ein Eckhaut Champion. Da lang. Da stört ich sicher nicht, dass ich über Rot fahre, oder Polizisten? Nee, guck, stört dich überhaupt nicht. Wuiiii. So, wenn wir mit 150 durch die Stadt teilen sind, interessiert auch niemanden. Sonst, solange sie uns bei 150 in die Seite rein fahren, ist es auch noch okay. So, dann gehen wir mal hier rum rein. Laufen die da gerade alle ins Brändel-Anhänger-Ding? Ja. Oh, drei. Drei Mal. Drei Mal ins Auge. Okay, die sind alle reingelaufen. Oh ja, wir sterben gerne freiwillig. Und alle laufen in die Anhänger. Ist okay. Wenn denen das gefällt, dann können die das natürlich gerne machen, aber irgendwie... Würde ich mich fragen, was nicht so richtig mit diesen Jungs stimmt? So. Kohle haben wir gefunden. Zeug haben wir gefunden. Na Arsch voll Kohle haben wir jetzt auch wieder. Und hier den Kasten können wir nochmal ein bisschen aufpenetrieren. Zack. Und wo fährt der jetzt eigentlich hin? Den soll wir folgen. Der fährt irgendwo hin, wo er Geld abliefert oder abholt. Dem folgen wir jetzt mal ganz unauffällig in seinem Roter Auge. Du kannst einige Gegner verfolgen, damit sie dich zu Sonderziehen fühlen. Behalte die Verfolgungsanzeige im Auge. Fährst du zu dicht auf oder lenkst du ihre Aufmerksamkeit auf dein Fahrzeug. Fühlt sich die Anzeige und deine Ziele fliehen. Oh Gott! Ich rufe die Polizei! Nein! Ja immer du Box. Du ein bisschen Leid Companie. So. Dann können wir jetzt hier vorne das machen, oder? Ja reden wir jetzt mit ihm. Ein bisschen... gaudi. Du bist überzeugt zu mitnehmen. Was ist denn los hier? Nein! Ah ok, da bricht er nicht ab. Dann werden wir das andere verkacken. Was? Ich darf aufhängen wen ich will und egal welche Haufe ich habe. Es dürfen noch gelbe weiße Haufe aufhängen. Ok, der Medizinschrank ist nicht hier unten. Aber ist geil, dass man so auch in die ganzen Werkstätten und sowas einfach reinlaufen kann und sich ein bisschen umgucken. Das Geschäft hier verdorben ist alles nach Tick4 abgewandert. Danke. Klar. So, nach da vorne müssen wir. Jetzt sieht auf der Karte nicht mehr so aus, als ob hier 100 Sachen gegendrum liegen. Da links in der Fabrik ist noch was. Aber darauf laufen wir jetzt nicht extra rüber. Wo ist denn mein Auto schon? Ich habe keine Ahnung wo ich mein Auto geparkt habe. Medizin habe ich auch zweimal, also reicht das erstmal. Und natürlich sind die Informanten wieder hier irgendwie in so einer Slumhütte. Hi. Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Ja. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße! Man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sel würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck. Auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft krieg ich schon was raus. Schon einen von Reus Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Fragen kann ich. Mit Fragen bin ich so richtig gut. Fangen wir mal da unten an. Wir machen mal eine Reihe Missionen hier vor uns. So eine kleine Hinterhofsiedlung aus irgendwie selbstgebauten Hütten ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber so ist das halt. So war das wahrscheinlich auch mal. Richtig schlimm. Als die Schwarzen hier noch in solchen Hütten hausen mussten. Und Rednecks, natürlich Rednecks. Nice. Na rüber da. Davor mit dem Koko in den Po beißt. Aber ich habe keinen Koko hier in der Nähe gesehen. Also alles cool. Aber guck mal da vorne haben wir noch einen Kasten. Ist der hier oder einfach? Ne der ist hier schon. Sehr gut. Können wir das direkt auch noch machen. Wenn wir schon mal da sind. Tsch 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 tsch. Ja. Jaa. Das hier. Wie. Das hier. Das muss heute noch fertig werden meine Damen. Wie wärs wenn ihr euch mal etwas beeilt? wieder nur diese scheiß kinder 5000 kohle bonus das hört sich nicht gut an einem pfiff oder hier liegt eine leiche schnappt euch diesen dämlichen hohen so zwei kopfschüsse hat er überlebt du hast nur glück gehabt dass du drei schüsse in den drücken überlebst die ganze verdammte gruppe schön dich zu treffen arsch gesicht das glaube ich dir nicht wow der hätte ein uzi gehabt dafür wirst du richtig qualvoll sterben das war hatte ich so im gefühl dass ich das so machen wollen würde aber ich hätte nicht gedacht dass er das so durchzieht ok ich glaube das explodiert wenn wir das ausschießen gut dann ist das da unser nächstes ziel ich glaube das auto hier braucht auch keiner mehr also nehmen wir das doch vielleicht einfach mal mit so die ganze sammeln objekte werde ich irgendwann mal zwischendurch einsammeln wenn ich so spiele denn das ist glaube ich unendlich langweilig für euch wenn wir da wieder wie bei assassin's creed einfach so von a nach b und alles einsammeln was da so und hier und da rumliegt ne die beste hole ich mir nicht noch mal da haben die vorhin schon die polizei gerufen unter uns sind irgendwelche elektroteile unter uns ok dann gucken wir mal ob wir irgendwo einen zugang nach unten finden hier schon mal nicht ok ja toll das war jetzt wieder super schlau dass ich hier reingelaufen bin da kommen wir auch nicht also wieder kommt oh dann geht es wohl da runter auf der anderen seite ist dann ja das lassen wir natürlich nicht liegen sie sind sehr sehr wichtig für mich tatsache eine maus sie hat gepfiffen aus ihrem arschloch hey du guck mal so ist der jetzt tot oder nicht ja mach ich und so fühlt sich das an ich habe mal ein bisschen schaden gemacht hier ich nehme das nochmal alles mit noch ein paar notizen repariere das verdammte boot wenn der motor zu qualmen beginnt kann ich gleich einen scheinwerfer auf mein boot richten denn diese situation will ich mich nie wieder bringen bla 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 wenn wir auf der anderen seite auch wieder haus irgendwie da oben wäre irgendwie geil nehmen wir hier wieder das geld von den toten die munition das geld ja und wie es aussieht kommen wir auch hier wieder hoch hier ist noch ein lagerraum hier ist noch so eine kreuzung eine unterirdische das meinen sie mit den tunneln unter der stadt wo wir auch das geld aus der bank raus geschmuggelt haben und den ganzen trisor versenkt haben ich muss noch in den laden nichts besorgen uiuiuiui du solltest dich beeilen ist schon spät frau so wo sind wir denn jetzt hier raus gekommen big break was haben wir denn hier oben schmugglerware raube das lagerhaus aus alles klar das kriege ich wohl auch noch hin die verfolgung bei den typen haben wir auch noch nicht hinbekommen hübsche jungs mit rosa haut das klingt völlig ungesund naja wie sehr ich ihn liebe damit ich ihn noch im griff habe ja echt solche geräusche würde ich auch mal wenn mir so jemand ins gesicht tritt noch zwei marina will dieses baby sehen die schäle okay wo wollt ihr ihn dann suchen ups ups ist er jetzt außenrum runter gelaufen sind jetzt alle weg hier ist irgendwer jetzt ich geh vorn weg sorry ja hier wird scharf geschossen so hier sollen wir rauben oh schaden zum erreicht fällt vorne mit deckel ab geil mal alles noch kaputt was geht wir hassen den typen ja so richtig also müssen wir ihn noch so richtig doll schaden ah die kiste regeneriert sich wenn wir aufhören drauf zu hauen ist interessant da aha ich bin tot schaut mich nicht an ich bin tot und fabulous ah okay so da haben wir noch eine kiste klopki 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 die kiste so was haben wir hier noch befrage voice wach 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 so schön dass hier alle gelbe autos haben Potomax 5500